Hier steht die da drauf, ja. Müssen wir mal Optifine holen, dann kann ich ein bisschen ranzoomen. Wäre, glaube ich, schon cooler. Ah, wir können jetzt hier schön schnell abbauen, das ist natürlich nicht schlecht. Das mache ich dann noch gerade mal, weil ich glaube, wir könnten eigentlich den Sumpf hier nutzen, um mal ein bisschen Claw Shift zu machen. Und damit meine ich natürlich unsere Erntemaschine. Ähm, ich werde dann wahrscheinlich hier wieder ein bisschen aufschütten, alles. Wird sich dann zeigen. So, zack. Und hier noch. Und da ist das gleich gewachsen. Das Gras. Ich kann natürlich auch erstmal hier ein bisschen was abbauen. Ja, ich glaube, das geht, das kann man machen. Einfach mal die obere Ebene schibitzen, ne. Das geht schon. Ja, und ich weiß, es leckt immer ein bisschen, wenn ich hier die Blöcke abbaue. Das hängt dann immer so ein bisschen nach. Ähm. Ja, liegt aber eher so ein bisschen an meinem Rechner. Äh. Was können wir denn hier noch machen? Ich glaube aber nicht, dass das hier reicht, ne, für eine Erntemaschine. Weil das ist schon ein größeres Ding, das ich davor habe. So, ich wollte das nämlich so ähnlich wie Gronkh bauen. Ähm, allerdings ein bisschen abgewandelt. Äh, aber hier, das wird wahrscheinlich nicht reichen, der Ort. Tut mir leid, aber wir müssen uns mal noch was Neues suchen, ne. Alter, wie geil. Das ist so geil, wie schnell ich hier tauchen kann, ne. Ich feiere das schon. So, her damit. Dann du auch noch. Muss mich wahrscheinlich an, ne. Okay, manchmal muss man sich nicht hochstacken bei diesen Fichten. Huch, so. Okay, ähm, hier, das wird nicht reichen. Was ich hierhin bauere, weiß ich auch noch nicht. Er hat mal unseren komischen, hässlichen Turm. Den könnte ich natürlich auch mal ausschmücken. Aber, ähm, Problem ist, wenn ich das hier zum Beispiel mit Holz mache, wäre es natürlich schlecht, wenn das hier wegbrennt, ne. Durch das Glas. Ich habe gehört, das geht. Und deswegen würde ich das dann gerne mit einem anderen Stoff machen, der nicht brennt. Fragt sich nur, welcher das dann ist. Vielleicht mit Quarz. Ich weiß nicht, wie gut das passt, aber ich kann ja einfach mal gucken. Okay, und ich glaube, ich werde mir gleich auch mal... Ich muss nur gleich mal gucken, wie lange die Aufnahme schon läuft. Da muss ich mal kurz unterbrechen. Damit ich weiß, in welcher Folge wir jetzt sind. Weil ich ja mal ein Stück aufnehme und bla. Vielleicht, äh, ändere ich das auch mal, aber... Ich finde es einfach chilliger. Irgendwie. Manchmal ist es natürlich dann doch ein bisschen stressig, aber... Naja, soll mich jetzt auch nicht weiter stören. Vielleicht machen wir da oben dann auch so aus Quarz die Treppen hin noch. Geht ja auch alles. So, ich weiß, das ist jetzt nicht sonderlich spannend hier, was ich mache, aber... Ich denke mal... Es ist erst mal eine schöne Beschäftigung und ich kann dann schön hier... Über ein paar Themen wieder quatschen. Allerdings bräuchte ich dann für danach auch noch was, was ich machen kann. Ich will ja nicht unproduktiv werden, ne? So, dann hier nochmal. Hier ist ja eine Ebene höher, deswegen... Ne, und so. Erst mal zwischendurch was essen. Wir haben wieder relativ viel Hunger, ne? Habe ich das Gefühl. Oh, fuck. Zack, so. Okay, da haben wir schon mal auf den beiden Seiten. Und hier müssen wir dann nur noch... Zweier reingraben. Gut. Ich würde sagen, ich kann eigentlich schon mal... ...nen kleinen Cut machen. Das wäre schon nicht schlecht, ne? Hier oben können wir eigentlich auch kommen. Damit das von innen noch gut aussieht. Oh. Ja, was werfe ich mal raus? Weißt du was? Ich setze jetzt mal die Setzlinge. Und zwar mache ich das mal... ...hier hinten. So. Und da mache ich mal einen kurzen Cut. So, hallo. Willkommen zurück. Wir sind natürlich schon lange in der zweiten Folge der Aufnahme. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Ähm, wir sind jetzt schon bei... ...ja, fast in der Mitte von der zweiten Folge. Ähm, das ist natürlich dann ein bisschen blöd gelaufen. Ich dachte, wir sind jetzt gerade am Ende der ersten. Aber, ja. Ist dann halt ein bisschen blöd gelaufen. Ähm, ich würde sagen, wir können auch gleich mit dem Thema für diese Folge anfangen. Und zwar würde ich einfach mal drüber reden. Ach, ich fange immer so scheiße an, ey. Das muss ich mir abgewöhnen. Ähm, was wäre eigentlich, wenn die Menschheit ein Jahr ohne Medien auskommen würde? Oder müsste. Besser gesagt. Ähm, ja. Was würde da passieren? Ähm, dazu muss ich sagen, habe ich mir ein bisschen Inspiration geholt, sage ich mal. Ähm, von Tommys Kanal. Also, da wird so geschrieben. Tommys Let's Play Kanal. Einfach mal googeln. Oder bei YouTube suchen. Der, äh, der macht nämlich auch so ein Minecraft Let's Play, so wie ich. Und der redet auch immer über solche Themen. Und, äh, das gucke ich mir mal ganz gerne mal an. Ähm. Ja, ich habe ihn zwar jetzt mit meinem Hauptaccount jetzt nicht abonniert, aber mit einem anderen Account. Und, ähm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Gucke ich mir ganz gerne mal an. Der macht auch in letzter Zeit ein bisschen weniger. Ähm. Der wollte eigentlich immer irgendwie jeden Tag ein Video machen, aber das schafft er irgendwie nicht. Ähm. Ist ja auch seine Sache. Und, äh, dann müsst ihr schon selber gucken, seine Videos. Und, äh, vielleicht erklärt er es ja dann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und, ähm. Der spricht halt auch immer über solche Themen. Und es kann sein, dass ich solche Themen von ihm immer mal aufgreife. Das ist auch nicht, weil ich die irgendwie klaue oder so. Sondern einfach, weil sie interessant sind. Und weil man sie auch mal, ähm, selber abdecken will. Die Themen. Ich weiß nicht. Ich finde das eigentlich ganz cool. Und, ähm, da können wir auch nochmal drüber reden. Jetzt, äh, über die, äh, wenn Menschen... Wie würden Menschen auskommen ohne Medien? Ich werde dann wahrscheinlich hier erstmal den Turm ausleuchten ein bisschen. Wahrscheinlich auch hier an der Seite, weil... Es ist dann ein bisschen dunkel. Genau. Das ist dann eine einfache Begründung. Ich stack mich nochmal hoch hier. Und da will ich nämlich hier oben auch nochmal ein paar Fackeln anbringen. Da müssen wir uns natürlich jetzt viermal hochstacken. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt so schlimm ist. Das ist schon noch verkraftbar. Da gab es schon schlimmere Sachen auf meinem Kanal, ne? So, hier oben auch nochmal. Zack. Da und da. Und hier hinten müssen wir natürlich auch noch was anbringen. Ich baue mich mal hier hoch, oder? Ah, ne, das ist zu weit weg. Okay. Ja, ich weiß, ich bin wieder ein bisschen in meinem räumlichen Vorstellungsvermögen. Wieder ein bisschen schräg drauf. Zack. So. Da haben wir jetzt schön ausgeleuchtet, sieht natürlich jetzt noch nicht so cool aus mit den Fackeln. Wäre dann cooler mit irgendwelchen Glowstones oder so. Aber muss jetzt erstmal so gehen. Wir wollen jetzt auch keinen dunklen Turm haben, ne? Und ich glaube, wir können dann erstmal ein paar Tiere holen. Ich glaube, das wäre erstmal die beste Aufgabe, um ein bisschen über ein paar Sachen zu quatschen. Ähm. Ja, ich werde dann erstmal noch ein paar Goldbarren hier unten reinlegen. Wahrscheinlich in die Kisten. Ich muss erstmal ein bisschen hier zurechtkommen. Ich werde wahrscheinlich jetzt doch noch nicht über Themen reden. Also über das, was ich gesagt hatte. Aber da wisst ihr dann schon mal, worum es in einer der nächsten Folgen geht. Waren hier Diamanten? Ach, hier unten waren die, die sind schon leer. Ach, du Scheiße. Ah, ne, ich glaube, ich hatte die damals mitgenommen. Da war ich so geizig. Kohle haben wir natürlich jetzt auch ein bisschen mehr als früher. Ich hatte mir ja immer so den Mangel. Äh, wo waren das hier, ne? Ach, du Scheiße, nur ein Stack. Ja, das ist wirklich ein bisschen wenig. Ich esse mal das Brot hier. Einfach, weil ich es gerade loswerden wollte. Ja, Eier und so. Ich weiß nicht. Oben sind ja unsere Krabbelkisten. Ich kenne mich ja auch noch nicht aus. Ich muss mal offscreen hier durchgehen. Erstmal gucken, was überhaupt den ganzen Kisten drin ist. Weil ich hab mich da natürlich, ich find mich da nicht mehr durch nach einem halben oder dreiviertel Jahr, wo wir jetzt nicht hier waren. Tür schließen und ab ins Bett. Ist wieder spät geworden. Mein Biorhythmus ist wieder ein bisschen umgestellt. Zwangsweise. Und ach, ich hab wieder mal natürlich nicht das dabei, was ich brauche, Mann. Ich brauch doch Weizen. Und noch, ähm... Kodosti. Ah ne, Karotten. Karotten und Samen, genau. Und goldene Karotten. Das wär auch noch ganz fresh. Weil mit goldenen Karotten kann man halt die Pferde zähmen. Oder einen Sattel bräuchte ich, genau. Aber ich war doch vorhin in so einem Dungeon, ne? Da hab ich doch einen Sattel gefunden. Vielleicht bräuchte ich erstmal eine Leine. Wir haben ja, haben wir Schleimbälle. Also für die Pferde jetzt haben wir Schleimbälle. Ähm, da haben wir welche. Okay. Dann haben wir Strings. Bestimmt, ne? Aber wo? Hier haben wir welche. Dann guck ich mal, wie war denn der Scheiß? Äh, ich glaube so. Oder? Ne. Wie war denn das? Leute. Ja, jetzt helf ich mir doch mal. So. Hä, wie war denn das? Ja, Mensch. Das war doch so irgendwie. Warte mal, zack. Hä? Wie war denn das? Schiech? Ich weiß es nicht mehr. Ich guck gerade ganz kurz mal nach. Bis gleich. Ach, Leute. Ich bin schon ein bisschen blöd. Oh Mann, oh Mann. So wird's doch gemacht hier. Ja, manchmal weiß ich auch nicht, was mit mir los ist. So, dann hol ich noch mal ein bisschen Gold. Oh, Enderman. Erschreckt mich nicht so. Gibt's ja wohl nicht so was Unverschämtes. Ähm, Yolt haben wir hier unten. Das sollte so reichen. Wir haben ja hier schon eine Werkbank. Das ist nicht schlecht. Da können wir mal ein bisschen was craften. 3, na, das wird noch nicht reichen. So können wir nämlich die Pferde zähmen. So, zack. Ähm, ja. Dann tun wir das wieder zurück. Die Korotten brauchen wir noch für die Schweine. Und da werde ich mir jetzt erstmal ein paar Tiere holen. Und mich erstmal richtig hinsetzen. So. Okay. So, dann springen wir mal hier runter. Und hier haben wir schon die ersten Schweine. Oh, jetzt hab ich... Ach, das ist natürlich immer blöd, wenn man eine Karotte hält. Die kommen gerade so an und wechselt dann kurz. Dann sind die wieder von einem abgeneigt. Und man muss mit einer halben Minute warten, bis die kommen. Na, komm mit. Jetzt. Haben sie den Geruch wieder aufgenommen. So, aber nee, folgt mir mal lieber hier rum. Okay, nein, 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 nein. Ihr fallt jetzt nicht in die Schlucht. Das wäre ein bisschen dämlich. Selbst für euch. Zum Glück fließt das Wasser da nicht runter, weil... Wegen Back, ne? Ach, Mann, Alter. Wie langsam sind die denn im Wasser? Das war aber früher mal schöner. Und sind die im Wasser eigentlich so langsam geworden, die Viecher? Mann, Mann, Mann. Wo ist denn das andere hin? Natürlich! Ach, er ist einfach gestorben. Wie dumm, äh. Ja, zumindest, wir haben ja schon eins. Ich werde hier alle in einen Stall locken. Mal sehen, welcher das sein wird. Und, ähm, wir werden das Ganze wahrscheinlich auch noch überdachen. Da sieht das noch ein bisschen authentischer aus dann. Das mache ich dann wahrscheinlich mit einem Holzdach. Dachte ich mir so. Und das war ein schönes Wort Spiel, ne? Äh, kann man schon mal klatschen. So. Zack. Ich würde sagen... Äh, ihr kommt jetzt sowieso nicht mehr raus, weil die immer... Ich kann jetzt kurz mal demonstrieren. Die sind einfach zu fett, weil die beide durchwollen. Äh, das finde ich auch so dumm. Ohne Witz. Äh, lässt ihr hier im ersten Stall... Ich weiß noch gar nicht, was hierhin kommt. Ihr meint, ihr wollt ja so einen Garten hinmachen, ne? Stimmt. Ach du Scheiße. Das ist schon mit der Lange her, wo ich das damals geplant hatte und so, ne? Ja, auf jeden Fall, um nochmal aufs Thema zurückzukommen. Ähm, ich wollte ja mal ein bisschen über die... Was wäre eigentlich, wenn Menschen ein Jahr ohne Medien leben müssten? Also wenn einfach ein Jahr irgendwie das Internet ausfällt, Fernsehen, Radio, alles mögliche. Wenn alles einfach mal ausfallen würde für ein Jahr lang. Ich glaube, viele Menschen würden einfach abkacken. Es ist einfach so, weil in der heutigen Zeit ist das gar nicht mehr vorzustellen oder vorstellbar. Da ist es natürlich jetzt auch das Problem, ähm, werden Zeitungen und so auch als Medium... Oder, äh, zählen die ja dazu, weil das sind ja Printmedien. Ähm, oder Bücher sind ja auch theoretisch Medien. Würden die dann dazu zählen bei dieser Frage? Das weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, wir lassen sie jetzt einfach mal raus. Und gehen mal nur davon aus, äh, dass wirklich die elektronischen Medien ausfallen. Also Internet, Fernsehen, Radio, das sind ja die größten. Ich weiß nicht, ob es noch welche gibt. Telefon, okay, Telefon ist auch wieder so eine Sache. Das ist ja eher... Ist das ein Medium-Telefon? Kann man das so bezeichnen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall... Geh doch mal weg, du dummes Schaf, ey. Ich will dich jetzt nicht. Ich will jetzt nur Türe, äh, Kühe. Nur Tiere, genau. Du bist kein Tier. Geh weg. So. Ähm, ach egal, ziehe ich halt erst mal nur die eine. Du sollst weggehen, du dummes Vieh. Junge, muss ich dich jetzt töten. Cool, gibt's jetzt sogar Fleisch. Na, komm her. Mensch, jetzt machst du nicht so schwer, Junge. Fall runter. Hat sich die Sache erledigt, so.